Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir gedacht, es wird wieder Zeit für ein Update, also es wird Zeit für ein Update, weil ich meine Augenbrauen mittlerweile wieder anders mache und es wird immer wieder Updates geben, weil man einfach mit der Zeit draufkommt, okay, das gefällt mir besser, das probiere ich jetzt aus, vielleicht gefällt mir das besser und so weiter und deswegen gibt es jetzt ein Update zu meinen Augenbrauen. Und zwar, eigentlich habt ihr eh schon ziemlich oft mitbekommen, welches Produkt ich verwende, aber ich zeige euch jetzt ganz genau, wie ich es mache, weil in den Videos, die ich drehe, ist es meistens nur ganz kurz gezeigt und dann sind sie auf einmal da. Und zwar verwende ich von Alverde das Augenbrauenpuder Duo. Das ist im Rahmen des Naturkosmetik-Videos gekauft worden und es ist so gut, dass ich es seitdem immer verwende. Aber eigentlich kannst du jeden braunen. Natürlich, es geht jedes Puder. Ich meine, ich finde mit Puder schaut es einfach natürlicher aus. Es ist nicht so, wenn ich zum Beispiel mich jetzt stärker schminke, natürlich schminke ich mich dann auch stärker, aber so für die normalen Make-Up-Looks und für Everyday reicht mir das Puder vollkommen aus und ich kriege auch oft Komplimente für meine Augenbrauen. Sie sind jetzt zwar gebladed, aber schon ewig her und es hat leider einen Rotstich bekommen. Auf jeden Fall habe ich eine Form und fahre halt quasi der Form nach und optimiere sie ein bisschen, weil ich mache sie immer ein bisschen breiter. Links unterscheidet sich sehr stark von rechts. Das ist normal, dass die Augenbrauen nicht gleich sind. Sie sind Schwestern, keine Zwillinge. Das sage ich immer. Trotzdem will man versuchen, dass sie so ähnlich wie möglich sind. Bei mir ist eben, die hebt sich ziemlich oft. Das ist einfach die Mimik im Gesicht. Das gehört dazu, ist normal. Und deswegen ist das meine nicht so gute Augenbraue. Es gibt ja immer eine bessere und eine schlechtere. Ich zeige euch nur schnell meine Utensilien. Ich habe einen schrägen Pinsel. Der ist ganz wichtig und am besten ist es, einen zu nehmen, der ziemlich, wie sagt man da, scharf ist. Scharf geschnitten. Also das ist wirklich, ja. Der ist von Kiko und hat die Nummer 204. Und so ein Wimpern-Augenbrauen-Bürstchen. Gott, meinst, ist schon so alt. Ich sollte mal ein neues kaufen. Da ist schon ziemlich viel Staub drin. Das willst du in deinen Augenbrauen haben, hallo? Ja, Fibers. Und das ist die Nummer 205, auch von Kiko. Schau, 204 und 205. Das ist das Augenbrauen-Set. Es war nicht wirklich im Set. Ich habe es extra gekauft. Und manchmal, also ganz oft verwende ich mein durchsichtiges Augenbrauen-Mascara. Meine durchsichtige Augenbrauen-Mascara. Aber die finde ich jetzt gerade nicht. Ist das nicht ein Augenbrauen-Gel? Nein. Ja, es ist ein Gel, natürlich. Aber es ist wie eine Mascara. Ich glaube, man sagt trotzdem Augenbrauen-Gel und nicht Augenbrauen-Mascara. Es ist eh Augenbrauen-Gel. Ich weiß. Aber ich schreibe es immer in den Credits. Achso. Und wenn ich zum Beispiel mehr Dimension haben will, dann verwende ich diese färbige. Ich habe die Anastasia Beverly Hills Tinted Brow Gel in der Farbe Chocolate. Und ich zeige euch jetzt schnell, wie ich das mache. So. Wir sind jetzt ganz nah an meiner schönen Augenbraue, die ich vielleicht hätte zupfen sollen, weil da ist ein Haar. Eigentlich hat sich an der Technik nicht viel geändert, weil ich mache unten immer noch eine Linie. Und dann fühle ich quasi, ich zeige es euch jetzt mal, bevor ich da groß rede. Die Augenbrauen locker halten, nicht irgendwie, ja. Und von vorne. Ihr könnt auch absetzen, das muss nicht immer in einer Linie sein. So. Und den Pinsel immer gerade halten, nicht so, weil dann verschmiert man sich hier unten das ganz braun, das alles, das ganze braun, braune Bruder. So. Und dann kann ich mich ein bisschen so drehen. Ja. Dann mache ich da hinten quasi den Abschluss. Und arbeite von hinten nach vorne. Immer zuerst die Kontur. Ich meine, ich weiß, ich habe jetzt da den Schluss schon ausgemahlen. Und da kann man immer noch ein bisschen spielen beim Bogen, ob man den Ecke kamen will oder rund. Oder flacher. Und dann geht man von vorne so rein und füllt einfach aus. Und da kann man dann auch natürlich schön korrigieren. Mit den Fingern, wie ein professioneller Make-up halt ist. Und dann nur leicht vorne. Und dann kommt der andere Pinsel dran. Und da bürsten wir einfach ein bisschen die Farbe weg. Denn das ist das Ausschlaggebende, damit es ein bisschen natürlich ausschaut. Eigentlich sind wir schon fertig. Ich werde jetzt noch dieses Brow Gel verwenden. Ich putze aber immer etwas ab mit einem Taschentuch, weil mir das einfach immer viel zu viel Produkt drauf ist. Ich weiß nicht, ob jetzt ihr einen Unterschied seht, aber ich sehe einen definitiven Unterschied, weil die Haare einfach mehr Farbe bekommen haben. Gefällt euch der Unterschied? Also ihr seht, ein bisschen sind sie breiter, ein bisschen konturierter und ein bisschen dünkler. Und jetzt mache ich die zweite. Ich bin so müde. Ich würde gerne immer mit solchen Augenbrauen aufwachen. Das macht sie dir, bevor du schlafen gehst. Dann bin ich geschminkt. Schlafen gehen, tue ich nicht mehr. Ich bin nicht mehr 29, Tadus. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war etwas Interessantes dabei, was ihr für eure Augenbrauen mitnehmen könnt. Vergesst nicht, die Augenbrauen sind sehr wichtig, dass sie gepflegt sind. Und liked, subscribed und ringt the bell, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Wenn ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, dort findet ihr mich auch unter Lipstick Bakery. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort auch sehen. Und ich freue mich schon auf das nächste Video. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Vielen Dank.